Wie knüpfe ich jetzt den Chatterbader richtig an? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die meisten Chatters, die es gibt, kommen schon mit so einem Snap. Hier sollte man direkt an den Snap knoten. Wieso? Weil es dann am direktesten losgeht mit dem Spinner des Blades. Wie binde ich jetzt den an? Ich gehe direkt mit dem Fluorol da rein, zack, mache einen ganzen klassischen Knoten, mache dann ein paar Umdrehungen, befeuchten, et voilà. So sitzt der direkt dran, jetzt schneide ich den noch kürzer und los geht's. So sieht das dann am Schluss aus. Schon sehr kurz abgeschnitten und kann man auch ein bisschen länger lassen. Ich habe jetzt da noch mit Feuer den Knoten ein bisschen abgebrannt. Mal gucken, ich guck.